Frühstück ist für mich die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ich würde keinem Menschen empfehlen, das Frühstück ausfallen zu lassen. Es ist sehr, sehr wichtig, seinem Körper die notwendige Energie zu geben, um dann wirklich seine Ziele zu erreichen. Meine Lieblingsfrüchte zurzeit sind Bananen, die immer einfach mal leicht reinzuschnippen sind. Erdbeeren, Heidelbeeren sind eine gute Kombination, die einem viele Mineralstoffe geben, viele Ballaststoffe und gerne runde ich das mit Nüssen ab. Meine wichtigsten Snacks am Tag sind wirklich Obst und Nüsse. Das ist eine sehr, sehr gute Energiequelle, die den Blutzuckerspiegel auf einem langfristigen, hohen Niveau halten und nicht, wie zum Beispiel Schokoriegel, einen kurzfristigen Peak erreichen, um dann immer wieder in kurzen Abständen eine neue Heißhungertacke zu kriegen. Nach dem Training hat man natürlich sehr, sehr viel geleistet und der Körper braucht natürlich wieder immer neue Energie und da ist es für mich am besten einfach mal eine Banane zu essen. Mit einem Schluck Wasser zusammen ist das glaube ich für mich die beste Kombination.